Hallo und herzlich willkommen ich bin hier auf dem r-mikex.de und werde hier ein bisschen spielen ja bis eben die Zeit vorbei ist denn ich weiß gerade nicht mehr was ich aufnehmen könnte natürlich kann ich auch Haunted aufnehmen aber nein heute nicht das kommt erst die Tage wieder wenn es jetzt mal losgehen würde wo stehen da steht es auch immer ok dauert noch ein bisschen aber ja was ist denn das für ein Spiel eigentlich Super Paintball ah ok Best Map Best Map Best Map Best Map aber ich weiß gerade echt nicht wie das ausgesprochen wird ausgesprochen werden soll aber ja komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon was geht's los jetzt geht's los so ach so ich kann mich noch nicht bewegen ok Paintball Revenue ok ganz viele oder so verliere eh gleich auf und daher habe ich keine Befürchtung können so wie mache ich denn so möchte ich doch oder nee so nee so hä aber wir haben gewonnen juhu schon vorbei aber schnell jetzt ist eine Minute nur also noch kürzer oder wie eine Minute so was kommt denn jetzt für ein Spiel es kommt es kommt es kommt es kommt Snake also das ist glaube ich das mit den Schafen da ich noch da war ich noch nie wirklich gut von daher wie lang geht's denn noch ok noch ein paar Sekunden komm schon jetzt ab jetzt ab jetzt 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 ok ich glaube da muss ich aber so spielen so weit ich weiß geht's los was bringt die Feder Speedboost oh je oh mein Gott Hilfe 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 oh mein Gott ach so oh bin ich blöd nein nein oh das war blöd das war blöd schon ja ok da bin ich sowieso nicht so gut darin von daher ich mag zwar Snakes auf dem Handy aber das Spiel da bin ich überhaupt nicht gut deshalb mag ich es auch nicht so aber ich finde es gut gemacht auf jeden Fall also wie wie da die Schafe einfach hinter einem her laufen das finde ich cool ja die können jetzt natürlich das sehr lange spielen aber ja ich denke mal nicht dass die das werden machen werden aber das werden wir sehen irgendeiner muss mal jetzt aber jetzt gut vorbei so ok Frust Alex heißt da einer natürlich wieder die andere Seite Bacon Brawl Mighty Lava Arena ja waiting for players das ist noch genug wir sind noch genügend Newtjohn Pläherstin Ohr sich ist niemals gedacht 11 10 9 8 7 6 5 4 3 und wo ich will auf die Drachen ach das ist das ach das ist das da habe ich aus Versehen mal gewonnen aber trotzdem verstehe ich es sehr schlecht was ah wo schon vorbei ne ah hä wei 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 wo nein schon vorbei schon vorbei ich verstehe ich verstehe das Spiel sehr schlecht vor allem wo ich es auf einmal die Kanonen herkommen verstehe ich nicht die könnte ich jetzt nicht schießen b flug wucht und dauerst auch gemacht das AZ hier ist dann ist es aber ich hoffe dass man losgeht weiter geht kommt schon kommt schon ahaha nur fix nur mit fix boah aber ich hasse es wenn die mir so lang so lange einfach da rum machen und da kann es denn dahinter ist was die da machen der versteckt sich einfach da tja was kann ich denn da machen und da kann ich da kann ich ach so das ist ein kompass wer da als nächstes ist ach so ach so ja 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 schon macht 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 da versteckt sich auch einer der ist nicht mehr da oder ist das woanders der war da auf der anderen seite der war bei dem stelle ich mich mal dahin wollte ihn beobachten nein was ich das für mini schweine wusch 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 köln ist abbaue tut mir leid tut mir leid es dauert so lange warum dauert es so lange extrem lange aber naja was soll es muss man auch mal damit leben können und scho und macht mal sehen die gleichen es gehen jetzt 6 stück die fünf stück jetzt habe ich ein paar sekunden wieder und steht da bestimmt immer noch seit leben das finde ich sehr blöd das ist einfach nicht schaffen einer ist weggekommen glaube ich das ist laufende zwei länder einshaft und und Ah, Mann. Komm schon. Leben jetzt noch zwei? Ne, noch drei. Der eine, der ist jetzt... ...hat sich aber da irgendwo versteckt. Da. Da ist der. So habe ich alle drei. Nein, jetzt habe ich nur noch zwei. Aber ich habe auch gerade kein Thema, über das ich reden könnte. Ah, Mann. Oh Gott, noch zwei, oder? Ne, immer noch drei. Oh, Mann. Oh, nein. Noch zwei. Jetzt... Ne, wo ist der? Matsekuro. Matsekuro. Wo ist der? Ach, da, 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 da. Einer. Zwei, drei. Okay. Oh, das ist nicht so gut. Das ist, finde ich, nicht so schlau. Ach, sind das die... ...einfach die Baby... ...genau, deshalb. Das sind die Baby-Schweine. Wer sind die? Ferkel. Ferkel. Oh, das sind die Ferkel, die da so schießen können. Oh, endlich, meine Güte. Endlich ist es vorbei. Es hat jetzt mehr als fünf Minuten gedauert, glaube ich. Allein dieses Spiel. Oh, mein Gott. Was kommt als nächstes? Da steht es doch. Dragons Voyage Waiting for Players. Dann besuche ich mal den Dragon hier. Darf ich auffangen möchte, er bestimmt. Oder auch nicht. Kann ich von hier. Aufs andere, ich glaube... Obwohl, eventuell von ganz, 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 ganz oben könnte das funktionieren. Aber anders, glaube ich, das nicht. Also von da ganz oben, meine ich jetzt natürlich. So, wenn ich jetzt hier bin und dann gleich darüber geht, dann könnte das funktionieren, eventuell von hier aus. Und dann mache ich so. Und weee, nein, natürlich nicht. Okay. Oh, noch zwei und drei. Boah. Das war ja noch ewig lange. Ewig lange. Also heute ist mal eine sehr komische Folge auf jeden Fall. Es ist eben nicht so gut gelaufen, alles, wie ich das wollte. Heute, weil irgendwie habe ich heute gar keine Zeit oder so. Weshalb, ich wusste nicht, was ich aufnehmen kann. Was ich nicht so viel schneiden müsste oder so. Natürlich hätte ich Rush aufnehmen können, aber es ist jetzt die letzten Tage fast immer gekommen. Von daher, habe ich mal gedacht, muss mal was anderes sein. Und ja. Waaah. Also muss ich die gar nicht schlagen. Muss ich die gar nicht schlagen? Ich dachte, ich muss die jetzt schlagen. Was muss ich denn machen hier? Hä? Ja, natürlich. Ich dachte schon, dass ich die Drachen überleben muss, aber... Hm, komisch. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal zu. Und warte, bis ein überraschender Drache von hinten kommt. Genau so. Und ich dann sterben werde. Bis jetzt kommt ja keiner auf mich zu. Zum Glück. Was natürlich sehr gut ist für mich. Oh, oh, oh. Der war jetzt sehr knapp. Der war ja jetzt sehr knapp bei mir vorbei. Und nochmal so knapp. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass da noch so viele leben. Bruchpilot-SIM. Okay. Aber ich könnte wirklich sehr sicher stehen hier. Das... könnte sogar noch was werden, unter die ersten drei zu kommen. Wenigstens. Aber trotzdem wird das sehr, sehr knapp werden, auf jeden Fall. Okay, ich bin ja unter den ersten drei. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Juhu! Einmal gewonnen! Einmal gewonnen! Juhu! Juhu! Äh, was kommt denn jetzt für ein Spiel? Okay, ähm, ja. Aber trotzdem, die Zeit ist vorbei. Ähm, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heiß ist. Was heißt denn eigentlich? Minecraft? Äh, ja. Es läuft noch ein bisschen Minecraft. Äh, bis dann. Also, es kommt auch wann wieder Haunted oder so. Vielleicht habt ihr auch mal andere, etwas andere Horrorspiele. Denn ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mich nicht genug erschreckt habe bei Haunted. Äh, na toll. Nicht genug erschreckt. Äh, ja. Ich bin schon erschrocken, aber, naja. Äh, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei irgendeiner neuen Folge mit mir. Äh, wenn es euch gefallen hat. Hat es euch hoffentlich gut gefallen. Äh, bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss! Noch eine ganze Minute, Schlusswort gesagt. Egal, tschüss!